welcome back es geht wieder rein zweiter teil zwei von drei iberia rally die führung ist gut das auto ist kaputt dafür ist die führung gut turbo brauchen wir erstmal nicht noch nicht das kann alles erstmal so bleiben obwohl kühler wird ja noch reparieren weil sonst heißt es gleich motor kaputt und dann habe ich vier sachen die aufhängung brauche ich erstmal nicht lichter das passt schon das passt schon wir fallen jetzt einmal da können wir noch mal die alten reifen benutzen wo ist vorne links unser kohlflügel und ist der denn abgefallen ach ja stimmt ist der beifahrer seite kein wunder dass ich das nicht gesehen habe mein lenkrad ist einfach nach knall hat links reingeloggt bekommen haben start vier links sechs rechts viel glück bremse ne lenkrad vier stop 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 the count so nicht usb sondern hdmi raus und rein und neukalibriert da sind wir wieder das schöne ist wenn wir bei einer h schaltung wenn man merkt man fährt ein bisschen man fährt die linkskurve rein und es kommt direkt eine rechtskurve und man merkt auch die rechtskurve bin ich jetzt aber zu schnell links aber bremsen würde zu viel unruhe ins auto bringen dann lässt man sich einfach beim schaltvorgang wenn man gerade schalten muss einfach ein bisschen mehr zeit und schon bremst das auto automatisch es ist so angenehm wenn man auf eine entspannte weise haarschaltung fahren kann zum beispiel was mein traum wäre einmal auf der nordschleife fahren aber alleine 1 links 40 3 links innen dann hätte ich die chance auf der nordschleife zu fahren mit anderen leuten hätte ich gar keinen bock drauf gar keinen bock erstens dürfte ich das nicht wegen führerscheinproblem äh ne aber ich glaube da bin ich auch einfach wieder vorgeschnitten von den ganzen videos ich mir reinziehe von 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 tubi fahrten und generell also keine crash compilation oder so ein gedöns aus dem alter bin ich raus 4 links kurz in 5 rechts in 4 links in 4 links kurz durch äh die videos von mischa und mir da einfach jedes auto kleiner durchprügel was ultimatisch geil anzusehen ist aber dann auch die leute die dann halt so die einfachsten regeln um ihn herum nicht beachten ich denke ja nee das tue ich mir halt gar nicht anders fun fact unfälle auf der nordschleife werden vor einer polizei so behandelt wie äh einfach die nordschleife ist einfach äh wie eine landstraße wird einfach behandelt wie ein normaler unfall auf der landstraße und das muss man ja auch nicht irgendwie ne also gut generell unfall haben eher auf der muss man nicht haben seite aber so wie viele leute auf der nordschleife fahren oder was ist viele genügend leute auf der nordschleife fahren wo ich denke mir einfach ja nee das brauche ich nicht das brauche ich nicht siebzig vier links nicht schneiden in scharf rechts vierzig doppel achtung leicht rechts in leicht links lang und eins links 50 halb lang vier links kurz über kupe langsam und rechts scharf rechts scharf war das nicht immer die hitmelodie bei der central europa 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 release kam mir erst nach langsam leicht rechts jetzt für den letzten abschnitt noch mal ein bisschen ballern damit es spannend wird Licht aus wird breiter 80 kupe 70 halb leg doch wieder Licht an sechs links macht zu 80 drei links und wir haben noch alte Reifen macht auf 40 späte eins rechts halb lang macht auf 70 vier links macht zu und zwei rechts ich dachte breite straße kann ich ein bisschen schneller fahren späte zwei links aber ne ich so machen Auto so machen Unfall 80 leicht links langsam oh mein Gott da war ich zu weit in und fünf rechts 40 drei rechts lang links von mir ist noch ein Beifahrer und keine keine Außentür vier links verdeckt 30 leicht links und fünf links lang und fünf rechts in vier links lang 100 späte zwei rechts halb lang 110 zwei links halb lang macht zu und leicht rechts 100 schön hier mal am Horizont die Wolken zu sehen wie sie sechs rechts macht zu und vier links 30 eins rechts lang 40 sechs rechts rechts lang langsam guter Skull & Bones oder WRC und drei halb lang macht zu und vier rechts halb lang und leicht links 30 ui vier links Lange Kurve 50 drei rechts und zwei links 40 vier links macht auf 90 fünf rechts kurz langsam in leicht links 60 zwei rechts sehr lang 270 die Wolken die Wolken die sehen schon schön aus Achtung sechs rechts macht zu in leicht links 90 drei links sehr lang 80 fünf rechts 60 drei rechts innen 40 eins links halb lang 30 zwei rechts halb lang 40 fünf links und späte vier rechts sehr lang 50 sechs rechts macht auf und vier links über Ziel 40 drei links bis stopp okay das ist eine Zeit von sechs Minuten 19 zwölf Sekunden auf all müsste ich jetzt ungefähr zwei Sekunden hinter per 1 sein aber gut das auto ist aber auch wirklich abgenutzt alte Reifen haben uns quasi jetzt unseren vorteil erspielt over all habe ich natürlich richtig gerechnet wie ist ein erster wie gerade angesagt muss man nicht zurückspulen einfach mal blind vertrauen einfach mal einfach mal machen haha nun Service Park Nummer 2 alles okay keine Verletzung ist doch alles tut die Mensch von wo sollen denn Verletzungen herkommen raff dich ähm ui das verlangt viel Zeit das ist nicht so gut das ist auch nicht so gut haaa Verlust von Gang ist aber auch eigentlich egal oder das sollten wir doch hinkriegen ist auch nur dunkelgelb ist dunkelgelb genauso wie die Aufhängung die können wir auch knicken das ist mittel schnell jaaa das geht auch noch das geht auch noch das geht auch noch dann können wir uns hier darum kümmern oh shit oder auch nicht äh puh ähm Lenkung schnell schnell yes so ich war jetzt eigentlich bei fast perfekt 30 30 Minuten ach schmutz großartig du bist auf der ersten Position wir machen das Auto ok das heißt wir nehmen jetzt nochmal die Harten und dann zum Schluss ballern mit den Weichen easy win die Crew die hier aus dem Service kommt wird hoffen dass die Zeit und Mühe der Techniker gut investiert waren mal sehen ob sie die kritischsten Probleme 6 rechts 40 viel Glück oh rein mit dem ersten Gang sonst wird das starten schwierig 4 3 2 1 go 6 rechts 40 leicht links 30 4 links sehr lang macht auf und 5 rechts 40 3 links halb lang 30 1 rechts halb lang oh mein Gott 40 3 links macht auf 60 dreierkurven doch krasser als gedacht 5 links 80 gute Erkenntnis bei Stage Nummer 5 100 leicht rechts in 6 links 280 langsam zu links sehr lang 60 6 rechts und 6 links kurz 10 4 langsam 40 2 links 2 links innen 40 4 rechts lang macht auf 50 5 links und 1 rechts macht auf 40 6 links lang langsam 60 1 links halb lang macht zu 30 4 rechts und 5 links 80 langsam leicht links 40 2 rechts halb lang macht zu 120 1 links 100 die Strecke fühlt sich so entspannt an 4 rechts lang 30 4 links und 5 rechts halb lang macht auf auf und 3 links scharf und 5 rechts macht auf 100 upsie wieder links länger als äh linksbreite als rechts und 4 links kurz 120 unschöner Kontakt vorne links 3 rechts halb lang macht zu 80 das ist halt wenn man rechtslenker fährt nach einer langen Zeit oh mein Gott und 3 rechts macht auf 70 Achtung 5 links macht zu 1 30 4 rechts halb lang macht zu 70 leicht rechts macht auf lang 1 ui in kuppe langsam 100 späte scharf links durch kreise in kuppe in leicht links 120 langsam leicht rechts in 3 links macht zu in 5 rechts 70 mit 2 Rädern da durchzufahren oh mein Gott hab ich ja komplett geirrt oh das hätte man so viel schneller machen können hier hab ich Zeit liegen lassen 50 wenn nicht sogar eine ganze Sekunde 60 langsam 6 links wird enger 30 später 1 rechts in 5 rechts kurz und 6 links 40 rechts scharf links macht zu und leicht rechts 40 leicht links vom Hang nach links rüber in den Abgrund ganz bekannte Wildhute in leicht links 50 scharf rechts macht auf 40 5 rechts kurz und leicht links langsam 40 1 links halb lang macht zu in 2 rechts macht auf 70 scharf links halb lang und 3 rechts halb lang macht zu und 4 links kurz innen 50 langsam rechts über kuppe 60 1 rechts und 2 links innen 40 1 rechts kurz scharf links halb lang 60 60 3 rechts halb lang macht zu und scharf links 50 5 links kurz macht zu kurven und 6 links in 3 rechts das ist so verrückt macht zu macht zu in 4 links 4 rechts 100 2 rechts macht auf lang und 4 links halb lang in 3 rechts kurz und 1 links und leicht rechts in 3 links in 2 rechts halb lang 50 leicht links macht zu 1 innen 60 1 rechts kurz und Gas geben habe ich schon gemerkt das wird nichts mehr mit der sauberen Kurve 1 rechts scharf 60 6 links langsam 60 5 rechts innen und 6 links in 4 rechts halb lang mach zu aber ein Teil des Körpers denkt ne du bist noch in der entspannten Phase deshalb musst du dich nicht konzentrieren und 1 rechts halb lang und scharf links halb lang oh Gott Doppelunfall reicht jetzt aber auch die erste Stage wir haben noch 2,5 Stages bis äh Service Park ok mach zu dann gehe ich in die 2 und 1 rechts kurz und 1 rechts kurz 30 1 links kurz jetzt gerade nicht weil ich darauf vorbereitet war aber sonst und 3 rechts und 3 rechts und 2 links innen und späte 1 rechts macht auf und kehre links macht auf und 5 links innen 30 4 rechts langsam und späte scharf links und leicht rechts nicht schneiden in 3 links 40 leicht rechts macht zu scharf und scharf links halb lang in leicht rechts 30 ah 3 rechts halb lang macht zu 70 1 links scharf 30 späte 1 rechts und späte 1 links mach zu innen wir fahren gleich durch den Dorf 4 rechts 4 rechts halb lang macht zu in 3 links kurz und 4 links nicht schneiden macht zu ist so krass es ist so krass 2 rechts halb lang 30 1 links halb lang macht auf 4 rechts aber das ist das Problem wenn man links keinen Vergleich hat in 6 rechts nicht schneiden 40 3 rechts und 6 links 30 4 links und früh 2 rechts 40 5 links halb lang macht zu 70 4 rechts kurz 110 6 links über Kuppe Welle 200 jetzt nicht vergessen wir haben keinen sechsten und 5 rechts kurz 50 4 links über Brücke 30 1 rechts 80 4 links 1 halb lang 160 Oh mein Gott 6 rechts lang 40 5 links sehr lang 120 langsam 2 links scharf 30 1 rechts sehr lang macht zu in 2 links kurz 70 5 links 90 50 4 links sehr lang hoch 4 links und 1 rechts halb lang macht zu 50 macht zu 4 links halb lang macht auf 60 4 links sehr lang langsam 30 20 lang und 5 links macht auf halb lang 70 90 aber ich bin mir ziemlich sicher aber ich bin mir ziemlich sicher 5 links 1 links verdeckt und scharf rechts und 4 rechts in 4 links in 4 links 7 60 3 links 15 5 rechts innen und leicht links langsam und 1 rechts kurz und 1 links halb lang 30 4 links kurz 4 links kurz so umzustellen wie es früher war aber ich kriege es nicht mehr hin weil ich war schon beim Aufgebenpunkt und ich hätte aufgegeben 2 rechts macht zu und scharf rechts aber ich habe es einfach ja nicht mehr geschafft und leicht links in 6 rechts und 4 links in 4 rechts und 1 rechts und ich habe das super gehört und jetzt bin ich bei 35 weil ich kriege mein Headset einfach nicht laut ich verstehe es nicht 6 rechts halb lang und kehre rechts und immer wo ich getestet habe und dachte mir ja jetzt jetzt habe ich es endlich schön Zeit fahren erstes Rallye Land Monte Carlo erstes Stage immer durchgeixt oh Gott da ich sehe die 5 und fahre trotzdem im Steckmodus langsam leicht rechts 90 Abzweigung scharf links um Schild 140 5 links halb lang 300 und ich habe es getestet und ich hatte schon so oft Momente wo ich mir dachte yo das ist es das ist ja richtig geil rein in den Share Factory war immer noch geil Tücher wieder aufgenommen rein in den Share Factory Schmutz ich denke so ich habe es doch gerade gehabt wo ist denn die Soundqualität hin wer hat die denn jetzt schon wieder weggeklaut aber ich glaube diesmal diesmal ist es final gut ich bin mir nicht sicher ob es irgendwo auf dieser Tappe einen Zwischenfall gegeben hat aber diese Crew hat leider einige Zeit und damit ihre Position in der Gesamtwertung verloren ich bin 2,7 hinten gerade ziehen kommt ey gab es keinen Zwischenfall ach diese diese Sätze ne nur weil ich jetzt den Platz over all abgestiegen bin muss es direkt ein Zwischenfall sein ah Manometer ey durch den Auspuff haben wir wieder weniger Leistung und hohe Motortemperatur heißt Kühler kaputt demnächst dann auch der Motor für noch weniger Leistung aber das das wuppen wir noch die nächsten Stages sind dann wieder auf unserer Seite übrigens gerade beim beim Screenshot ziehen ist mir was aufgefallen ich habe herausgefunden dass es dass wir in einer riesigen Box leben denn im Fotomodus habe ich die Kante gesehen die Kante von der Box und das sieht richtig doof aus schön mittig im Bildschirm einfach einfach ein dicker Strich kreis au let's go 5 4 3 2 1 Go 6 links kurz bin leicht rechts 70 Achtung 5 links über Kuppe und 2 rechts nicht schneiden macht auf und 6 links lang 40 6 rechts kurz 30 leicht links Diese Straßen brauche ich. Diesen Straßen bin ich schnell. Ist es mittelschnell und breit, dann gehe ich in den Cruising-Modus und bin zu langsam. 40, 3 rechts, lang und 3 links, 40. 6 links, macht auf und macht zu, lang, 100. Leicht links über Kuppe, langsam, 50. Später rechts, lang, macht zu, 2, 50. Später scharf links, bei Kreuzung. Das auch. 50, kleine Kuppe, 50. 6 links, 100. Später 3 rechts, halb lang, macht zu, schneiden, 100. 6 links über Kuppe, 60. 6 links, langsam, 100. Aber diesen dünnen Weg habe ich immer ein bisschen, ein bisschen Schießung. 150. Leicht links, sehr lang, 100. Aber es läuft doch. Leicht links, bin Kuppe, 180. 6 links, lang, macht zu, 4, kurz und 5 rechts, kurz, 120. Langsam, langsam, späte 3 rechts, halb lang und späte weite kehre links. 50, 3 links, kurz und scharfe Kehre rechts, 100. Die Kurve hat sich wirklich angeboten für einen Handbremsversuch. Langsam, leicht links und Abzweigung, scharf rechts, wird breiter, in 3 rechts, 200. Oh, hier kommt zum Schluss, rechts 5. Bremsen, 6 rechts, schneiden, in 5 links, 30. Die Cut. 3 links, 30, 2 rechts, macht zu. Und leicht links, 60. 1 links, innen und 3 rechts, kurz, schneiden, 90. 6 links, kurz, 70. 4 links, halb lang, 80. 2 rechts, macht zu, nicht schneiden. 70, 2 links, kurz, 130. Achtung, 6 links, macht zu, 3. Und 3 rechts, schneiden, 50. 3 rechts, nicht schneiden, 30. 4 links, macht auf, 70. 4 links, halb lang, macht zu. Und 4 rechts, macht auf und macht zu, schneiden. In 6 links, kurz und leicht rechts, schneiden. In 3 links, kurz, 40, 2 rechts, innen und 6 links, kurz. Und 5 links, kurz. In 3 rechts, scharf, schneiden. In 4 links, 40, 6 rechts. In 2 links, halb lang, 160. 3 rechts, halb lang, 90. Doppelachtung, 6 rechts und 2 rechts, macht auf. In 3 links, nicht schneiden. Macht zu, in leicht rechts. In 4 links, scharf, 30. Ich guck's mal, die Panik hat Bremse geschoben. Bei der rechts, 2. Und 1 links, innen, in 6 rechts. Und 3 links, innen, 50. 6 rechts, kurz, langsam, 90. 2 rechts, macht auf, lang, 30. 2 links, halb lang, nicht schneiden. Und 5 links, langsam, 100. Oh. Habe ich gerade mein kühler Zettelpad bei der Aktion? Sehr gut. 1 rechts, halb lang, 40. Achtung, 2 links, macht zu. In 6 rechts, in leicht links, leicht rechts. Leicht links, 120. Langsam, leicht rechts. Und 4 links, schneiden. In 3 rechts, kurz, schneiden. In 5 links, und 6 rechts, 60. Leicht rechts, in 6 links, in 5 rechts, lang, 70. Ich habe mich verschaltet. Original verschaltet. 40, 6 rechts, lang. Macht zu, 4, 30. 6 links, macht auf. Überziel, 160, bis stopp. Ah, nicht für rechts. Ah, da bricht mich eines der stört. 21,4. Oh, das sieht ja noch gut aus. Kein Mensch braucht einen kühler. Aber wir sind... Oh, wir sind wieder P1. Nee. Aber ganz knapp P2. Weil Bau war gerade 2. Und... Mulroney war 3. Und morgen, wie auch heute, heißt es dann... Einmal fahren, Service Park. 2 und 3 wird geballert. Nur morgen halt zum Sieg. Bye, have a great time.